Mein Name ist Jan Neumann, ich bin Geschäftsführer der Firma B1i GmbH und ich komme aus dem schönen Hamburg. Unsere Mission ist eigentlich die Beratung von Unternehmen und Unternehmerinnen bei der Einführung von Unternehmenssoftware. Wir haben uns spezialisiert darauf, auf Augenhöhe mit Unternehmern zu sprechen und sie fit für die Zukunft zu machen, gerade wenn es um das leidige Thema geht oder das unangenehme Thema, an der Software-Einführung, damit das Geschäft einfach läuft. Die Frage, warum gerade mit uns, die kann man mir natürlich stellen, beantworten sollte sie eigentlich einer unserer Kunden, weil es unsere Maxime ist, letztendlich Kunden zufrieden zu betreuen, aufzubauen und insofern würde ich die Frage so ein bisschen widerspiegeln und lade sie ein, gehen Sie einfach auf unsere Internetseite www.dergemeinsame-business-blick. Dort finden Sie alle unsere Kontaktdaten, dort können Sie Kontakt zu uns aufnehmen und entsprechende Informationen geben wir Ihnen dann soweit weiter.